Untertitelung. BR 2018 Und schlechte Luft hier. Was raucht denn nur da drüben? Sollte mich vielleicht doch lieber ins Nichtraucherabteil setzen. Na, hier habe ich wenigstens gutes Licht zu lesen. Und später wird es sowieso mehr. Die fünf Minuten von Betrieb bis zum U-Bahnhof sind eben einfach zu wenig fürs Luftschnappen. Jeden Tag dasselbe. Schluss mit der Arbeit. Schnell, schnell. Und schon sitzt man wieder im Mief, rast quer unter der ganzen Stadt, durch Station nach Station, dunkel, hell, dunkel. Aber dauernd tut es trotzdem eine halbe Ewigkeit, bis ich wieder herauskomme. Mal sehen, was der Boutique an mir verkauft hat. Der Zauberspiegel. Umschlag wie gehabt, Mädchen in Reizwäsche. Wohl eine Verführungsszene. Erstes Kapitel. In der ungeheuren Weite des chinesischen Raumes gab es ein Gebiet, dessen Beherrscher sich mit dem Kaisertitel schmückte. Man fängt ja nicht sehr verlockend an. Ob er tatsächlich vom großen Genghis Khan als Kaiser anerkannt worden war, ist ungewiss. Er lebte als ein Provinzpotentat des 13. Jahrhunderts irgendwo im riesigen Mongolenreich und führte einen Hof im Stil der Zeit mit viel Aufwand und zeremoniell. Ein fremder Maler hatte sich erboten, den Kaiser mit seiner Geliebten Liu Cao zu porträtieren. Schon war das Bild halbfertig, der Kaiser eindrucksvoll festgehalten. Doch die Sitzungen mit Liu Cao zogen sich hin. Kaiser Wien Kaiser Wien Kaiser Wien Nein, 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 nein Ich bin keine Kaiserin Kaiser in meinem Herzen Nur eine Freundin dem hohen Herrn Wurde mir das gesagt, mich zu lehren, wie viel zwischen uns lieb Musik Wurde mir das Gleitere Sogar bis du stets als bedenken Musik Musik Die Ruhende Kraft Die Tränte Part Geh mir, darfst du ihr noch geben Doch ich kann sie wasser, muss sie fordern Brauchst du deine Kunst so viel zu Aides, Aides, Aides Aides, 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 Aides Wie ein Blutschau, wie die Hüte des Himmels, meines Herzens, der Götzung und Lachsang. Herr und Kaiser, große Gnade und gutes Glück wurde mir zu Zeit, als ich ein kranker Mann von Marco Pulos Schar in fernem Wüstenland verlassen, von eurem Ofen ich süßes Obacht nur auf der Leuchtung fand für meine Gunst und freudigen Zuspruch. Dieses Bild ist nur ein schwaches Zeichen meines Tages. Schön und heiter ist das Bildnis, Doch was bedeuten die Symbole hier, die geprüften und geraden Linien? Hier neben dem bedrohlichen Tiger. Ich denk an Bogen, Seelen, Pfeil und Strahl, Doch kann ich's nicht entfretzen. Es mag all das bedeuten und noch mehr, Die Fremde, die finstere Macht, die alle Glyben eingeprassen ist. Du sprichst so oft von mir, Ich recht die Bedrohung, das unheimlich Unbekannte. Du weißt eher, als du sagst, Du hast die geliebte Frau erzitternd gemacht. Du musst sprechen. Niemand weiß die Zukunft. In deinen Ländern gibt es geheime Wissenschaft, Und du hast keine Rast. Wenn du Gefahren andeutest, Sprich auf, was uns bedroht. Wunderbar, du bist selbst bedroht. Nix ist ferner von mir, Als euch zu kränken, Verhabener Herr, Ohne die hohe Frau zu schritten. Ich habe längst gelernt, Wieder zu lieben, Meiner ständigen Genossin. Auch von nichts, Auch nichts, Was ich hier tun kann. Die Tat liebt nur immer dich, Mein Berg ist immer da, Für immer lebe ich dir. Du lebst, Solange es wird, Sei nicht hart, mein Kaiser, Wie leicht ist schweigenfüsse. Bis morgen hast du Zeit, Die Antwort zu bedenken. Du weißt, Was einer hart, Wenn sie ausbleibt. Zweites Kapitel. Am nächsten Tag jedoch, War der Maler Francesco verschwunden. Lediglich sein Konterfei, Hatte er im Bild hinterlassen. Ruft mir den Maler her, Zugleich. Mein Kaiserlicher Herr, Euren Befehl erwarten, Haben wir schon überall nach ihm gesucht. Er ist nicht hier, Und keine Spur verrät, Wohin und wie er verschwand. Er hinterließ ein Selbstvertret In diesem Bild hinter dem Feind, Als wollte er den Tiger gegen uns setzen. Ich nenn es unverschämt, Dass er es warte, Sich in die Gegenwart, Der Mahal jetzt geht, Hinein zu gehen sein. Man verbrenne das unfertige Machtwerk. Er ist nicht hier, Aber wir müssen nicht mehr werden, Musik Musik Da du es willst Doch ich muss das Geheimnis entretzen Das hier in diese dämonischen Zeichen bekannt hat Geheimnis enträtseln? In dämonische Zeichen gebannt hat? Was soll denn das? Drittes Kapitel. 700 Jahre später, in einem modernen technischen Laboratorium, hantiert Pierre voll stolz an seiner neuesten Erfindung, einer Strahlenspiegelapparatur. Endlich scheint es gelungen. Er muss es gleich seiner Freundin Carola berichten. Carola, mein Traum hat sich realisiert. Ich komme vom Stamatorium, in diesem Laboratorium, ist es gefügt. Ich bin entzückt. Die Apparatur vollendet. Doch wenn das dann wirklich wendet. Warum reimt sich alles? Die Natur meines Faden gehört doch, ich habe es erreicht, du hast es leicht, versessen auf Wissen, sieh doch her, wenn du nicht liebst. Die Natur meines Faden gehört doch, ich bin froh, wenn du nicht liebst. Doch habe ich Angst, Zeichen der Zeit, Angst überall, Schreck gespenst. Ich fühlste sie, Fremde, sie ist erwacht, und führe ich ihr verfallen. Dich findest du nicht fremd, dem Licht verwandt, dem ich sie entriss, dem Licht, mit dem deine Liebe mich überstrahlt. Oh, hast du doch gesehen, die Wissenschaft hat andere Ziele, mein analytischer Satz. Mit dem verstorben, mit dem verstorben ich nur mathematische Analyse gilt. Sie, diese Leistung, sie beweist mit Sicherheit. Unsicherheit im Englisch beruht. Bei frei bist du unfehlbar. Ich fühlste es mir, was ich zuf. Ich beherrsche, was ich schuf. Magest du dich nicht täuschen? Deine Liebe so sicher wie meines Werts, bin ich lieb enttäuscht. Ich gratuliere, mein alter Freund. Beilens kam ich, als ich die große Kunde hörte, der Zauberspiegel wird, du hast erreicht. Die Funktion des Spiegels ist noch nicht völlig erforscht. Jedoch der Strahler ist perfekt. Du siehst die Quelle hier, sie imitiert Partikel. Wie ich endlich zu erzeugen vermachte, an diesem Lichtgeschwindigkeit. Und diese Strahlen würden, wie du sagst, Substanz analysieren. Wie ich bis jetzt unmöglich war, sogar bewegen und verwandeln. Du weißt, dass ich in meinem Museum ein geheimnisvolles Gemälde habe. Ich bin in meinem Museum ein geheimnisvolles Gemälde. Ich fühle, dass es fantastische Rätsel enthält. Ich bin in meinem Museum ein geheimnisvolles Gemälde. Ich bin in meinem Museum ein geheimnisvolles Gemälde. ich bin in meinem Museum ein geheimnisvolles Gemälde. Und was sagt ein Analytiker dazu? Worauf soll dieser Müllkötz schon warten? Ich weiß doch nicht genau, wie er wirken wird. Aber wenn meine Berechnungen richtig sind, wird das strahlen. Bündel, drück dich wie Geld von der besonderen Substanz hier. Eine noch gänzlich unbekannte, belebende Kraft. Auf hohe Materie ausüben. Das ist die Quelle meiner Angst. Angst vor dem Leben. Vor der Zerstörung, die von dem Unbekannten droht. Wir kontrollieren die Menschen, die wir fühlen. Lagen wir euch nicht täuschen. Viertes Kapitel. Keiner von den drei Freunden im Laboratorium ahnt, dass sie durch eine fremde Macht überwacht werden. Ihre Worte hat man heimlich auf Tonband aufgenommen. Kommissar Barban und Spionin Vera hören die Aufnahme ab. Wie geht es um Lehmlich auf? Die Abenteuerung ist eine Inspezierung. Die Abenteuerung ist eine Inspezierung. Verfluchtes Geschwätz, dazu haben wir nicht das Mikrofon in sein Haus geschmuggelt. Er hat eine angenehme Stimme. Keine unnötigen Randvermerkungen waren sie voraus hier da. Unsere Abteilung hat sich in letzter Zeit nicht sehr ausgezeichnet. Von oben höre ich nichts Gutes, wir müssen diese Chance wahrnehmen. So, der Spiegel ist noch nicht völlig erforscht. Jedoch der Strahle ist perfekt. Du bist die Quelle, hier, sich evidiert, versichert. Ach, hier, jetzt wird es interessant. Wir müssen ein Stendogramm aufnehmen. Ich verstehe nicht viel von der Maschine, aber was er sagt, bist du nicht. Dieser Mensch ist scheinbar einer Sache auf der Spur, die wir nicht übersehen dürfen. Natürlich, als Sklave seines Systems kann er nichts wissen, was bei uns nicht schon längst gedacht worden wäre. Und wohin müssen wir sehen, welche Geheimnisse, die uns gestohlen haben. Sie wird nicht hier aus, als fühlen sie nach ihren Trachten. Keine Unizern-Rand-Bemerkungen, fahren sie fort, wir raten. Sie sind bekannt und zum Untergang verbrannt. Aber sie sind schlau und unverdrossen in Erfindungen und zu verderben. Der Kaffee Der Kaffee Er-Gesel Die Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche, die Kirche. Die Kirche, die Kirche, die Kirche. Weg damit! Vera, Sie haben gehört, dass dieser alberne Museumsmensch die Maschine an seinem chinesischen Gemälde testen will. Auch dass der Spiegel noch etwas auf sich warten lässt. Die Besessenheit dieses Idioten mit seiner chinesischen Schwarte ist unsere Chance. Vielleicht sollte man wissen, was er mit dem fantastischen Rätsel meint. Es heißt, was die alten chinesischen Maler je mehr wussten. Verfluchtes Geschwätz, halten Sie sich an die Tatsachen, Kamerad. Nur die Tatsachen zählen. Vera, Operateur 378. Von jetzt ab sind Sie Doktor der Kunsthistorie an der Universität von Kurutschistan. Als besondere Kennerin der chinesischen Malerei Werden Sie sich jenem Schafskopf als Assistentin insinuieren. Und was Sie mit dem Erfinder der glorreichen Lebensstrahlmaschine zu tun haben. Brauch ich Ihnen wollen, nichts zu erklären. Oh, Kamerad, wollen Sie das sicher lösen? Ihre Talente auf diesem Gebiet sind in den höchsten Kreisen wohl bekannt. Reportieren Sie über Ihr geheimes Sendegerät unter Cohohohohoho 4 3 L M 7 2 Ob die Sache jetzt endlich spannend wird? Fünftes Kapitel. Piers Strahlenapparatur Ihre Kraft an dem rätselhaften chinesischen Bild zu erproben. Vorsicht 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 Hier ist das chinesische Gemäld Doch wo ist Carola? Sie war da draußen, will nicht sehen, wie wir ihren Pinselschwarm zerstören. Nur denn ist das Bild nicht wunderbar. Glück und Melancholie zugleich im Ausdruck des Bogenschützern und der Hirtin. Wie kommt es, dass diese Linien des Umbruchs der Maschinen so ähnlich sind? Bist du sicher, dass einen Bogen darstellt? Was wäre es sonst? Was meinen Sie, Doktor Soutang? Näher liegt die Straße auf oberes Jantikian und der Bogen darstellt? Liebes Blick, wo wir siehst? Mir gefällt er gar nicht so gut. Wen stellt er wohl da? Was vermuten Sie, Doktor Soutang? Ein Duropin nach seinem Kostüm, die Leidenschaft war vom Bild. Eine kühne, etwas unvorsichtige Vermutung von Tag nach kaum gestützt. Tagsachen, auch hier, Tagsachen. Soll ich das Bild jetzt bestrahlen? Noch nicht. Lass uns die Wirkung an dieser Landschaft ausprobieren. Zunächst der Strahler, von Spiegel weiß ich noch nicht genug. Oh, das ist sehr enttäuschend. Das ist sehr enttäuschend. Großartig. Erstaunlich. Die Wirkung entspricht den Erwartungen. Die Erwartungen behören auf Rechnung. Wie machst du es, dass die Maschine zukünftigen Stil vorwegnimmt? Langweilige Landschaften in prächtige Abstraktion vertauscht? Elektronisch Bewusstsein. Zeitraffung. Zeitraffung. Was sagt man? Aber was wird mit dem Bild? Keine Angst, so wie ich den Streil unterbreche, ist alles wie vorher. Aber was macht die Maschine mit einer wirklichen Abstraktion? Fasten Filmshof. So habe ich sein. Aber es wird mit dem Bild? Keine Angst, so wie die Maschine zu haben! Ah, nun wird es lebhaft. Sind die Wirkungen immer noch vorberechnet? Ich nehme es an, doch sind Kräfte am Werk. Ich wusste schon immer, dass diese Kunst die Katastrophe vorausahnt. Ich mache dem Schrecken ein Ende. Ich weiß nicht recht, ob ich noch Lust habe. Ha, 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 geht's, gibt es kein Zurück mehr. Hurra! Du siehst also doch ein Bogen. Hörst du, du siehst, 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 du siehst. Sag ich es nicht, lass es denn mal witzig das tun. Er spricht vom Kummerang. Wie kann er wissen? Du, du, du blivores Schwerst, du wirst in der Welt. Dein Kopf wird er mehr, das wird sie vielleicht liebeste Kraft sein. Jetzt entscheid, ich kann den kritischen Moment jetzt spiegeln. Ich kann den kritischen Moment jetzt spiegeln, ich kann den kritischen Moment jetzt spiegeln. Was darf ich vorgesehen? Wir kommen, lass nachsehen, Maschine und Deck zurückzaubern, schnell. Der Mann ist fort. Was mach ich mit dem Bild? Sieh dieses Lauf. Tu la volu, schon stammt ein. Wetter mit in den Keller, wenn ein Kantar. Erlass dich darauf, ich werde schweigen. Natürlich schweigen alle. Aber ich werde handeln. Sechstes Kapitel. Der Maler Francesco hat sich in einen modernen Menschen verwandelt. Wer hat das vermocht? Der Strahlenapparat oder Carola? 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 Und ich kann mit deinem Leben Was für einfaches Gespräch Ihr zwei, Carola, was wichtig an Und sie, das fällt ihnen ein Aus dem Bild zu springen Wer sind sie überhaupt? Francesco di Gradone Geboren zwölfhundertzweiundfünfzig In Cetunico di Sopra Schilder des großen Meisters Cimabue Der Mann des Bilders Ich wusste es, als ich das Bild zu helfen Wie aber hält die heutige Strafe Wissen, was Nachkraft sei Mein Traum hat sich realisiert Die beiden lange genug aus Die Wilde schraubt und erfolgt Ach, ja Wahnsinn Ein farben Gagd hat mir dafür noch Sinn Sie müssen sofort zurück ins Bild Mein Leib, er darf uns nicht beschrieben Ich hab dir wohl genug gesehen, Francesco Dir gefällt es mir, was allzu gut Die Maschine ist mir, was allzu gut ist Wer hat unser Glück verstaut? Ihr Kind ist verfallen Wie es flüsterte, wie du es hofftest Was für ein Glück, wenn es von deinem bieblichen Verschauen In einem Pinzelei vernichtet wird Wenn der Liebesblick, der mich erweckte Könnte auch Satan aus den Bildern fühlen Lass mich in den Spiegel schauen Lass mich in den Spiegel schauen Dass ich meines Saubes ansichtig werde Ach, jetzt sehe ich Hörst du schnell ins Bett Die Maschine ist so stört Hallo, Lapp, halt Mein Lebenswerk Sie sind fort Als Wiegespenster Ist dieser Apparat Vielleicht Der Bumerang In dieser Schuft Geschwor Siebtes Kapitel Carola hat den Spiegel aus dem Apparat genommen Und Francesco gegeben Pierre sucht im Laboratorium verzweifelt Nach einer Lösung, wie er den Schaden behebeln könnte Da kommt Vera Nun nicht mehr Kunstgeschichtlerin Sondern ganz die Frau Deren Talente in höchsten Kreisen wohl bekannt sind Untertitelung im Auftrag des Kapitel Das sind die Frau Die Frau Deren Talente in höchsten Kreisen Und es ist in der Frau Und es ist in der Frau Siehst du, wie er denn Untertitelung des ZDF, 2020 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 Unbemerkt von Pierre hat sie den Strahler aus dem Apparat entwendet und noch im Laboratoriumsgebäude erstattet sie über einen Taschensender Bericht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Seine Gemüse sei damit bloß, verteufelt, doch mag natürlich nur eine Liste sein, vielleicht hat er den Spiegel nur versteckt. So habe ich also, um ganz sicher zu gehen, meine Pflicht gesandt und ihm bemüht. Ist dir wohl kaum schwer gefallen, ich habe das Land wohl erreicht, du hast gar nichts erreicht, außer deinen schmutzigen Vergnügen. Die Maschine ist hin, er kann sich einen neuen Strahler machen, wo sind wir da? Lassen Sie mich weiter versuchen. Seine Gemüse sei damit, woher reiß ich, dass du dich fliegst, um ihn zu schwimmen. Seine Gemüse sei damit, du weißt, was mich erwartet. Seine Gemüse sei damit, woher reiß ich, dass du dich fliegst, um ihn zu schwimmen. Seine Gemüse sei damit, woher reiß ich, dass du dich fliegst, um ihn zu schwimmen. Seine Gemüse sei damit, woher reiß ich, dass du dich fliegst, um ihn zu schwimmen. Seine Gemüse sei damit, dass du dich fliegst, um ihn zu schwimmen. Seine Gemüse sei damit, woher reiß ich, dass du dich fliegst, um ihn zu schwimmen. Seine Gemüse sei damit, dass du dich fliegst, um ihn zu schwimmen. Seine Gemüse sei damit, woher reiß ich, dass du dich fliegst, um ihn zu schwimmen. Neuntes Kapitel. Carola und Francesco sind entschwunden auf der Flucht aus der Wirklichkeit, in die sie nicht passen. Das lässt sich leicht sagen. In einem U-Bahn-Zug finden sie sich wieder. Na, ich möchte schon wissen, was daran so unwirklich sein soll. In einem U-Bahn-Zug finden sie sich wieder. 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 Musik 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 Für mich noch nicht. Zehntes Kapitel. Vera hat sich ins Museum zu dem weggestellten chinesischen Bild geschlichen. Sie will es tatsächlich Francesco gleich tun und sich mit Hilfe des Strahlers in das Gemälde versetzen, ihren Verfolgern entkommen. Musik Aus diesem Spiegel wird Gefühle in ihnen wecken und für mich entbrennen sie. Der Spiegel, die Maschine ist wieder beisammen. Ich habe gerettet. Und die Erde. Der Spiegel, die Maschine ist wieder beisammen. Wer ist verloren, solange die Maschine besteht? Ich bin verloren, wenn sie vergrößt. So lebt es nicht wie Bär, wie das Welt. Aber er ist nicht verloren. Vielleicht war es nicht Pierre. Er ruft vor dem Züge von seiner Stimme. Ich rüße ihr schwärmender Blick. Die Vernichter sind hinter mir her. Er ruft vor dem Züge von seiner Stimme. Die Stimme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dr. 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 Dr.